Ich bin hier am Flughafen, ich befinde mich auf dem Weg von Shanghai nach Peking und ich möchte diesen Moment jetzt nutzen, um einerseits zu erklären, wie das so funktioniert derzeit in China und andererseits auch, um darüber zu sprechen, was sich jetzt für Änderungen bereits getan haben in China die letzten Tage, nachdem es ja große Proteste gab und daneben, wie ich im letzten Video ausführte, auch sehr, sehr kleine Anti-Regierungsproteste, also große Anti-Covid-Proteste und sehr kleine Anti-Regierungsproteste. Da habe ich seither noch ein paar mehr Bilder gefunden, die werde ich auch teilen und erklären, wie ich die interpretiere und zusätzlich, wie gesagt, das Fliegen in China. Wie ihr seht, ich trage hier eine Maske, das ist in Flughäfen, Eisenbahn, U-Bahn, im öffentlichen Verkehr ist das immer noch Pflicht in China. Meine Meinung zu Maskenpflicht, die werde ich am Ende des Videos darlegen, damit hier die Leute nicht gleich ausschalten. Ich weiß, dass das in Europa zu einem höchst kontroversen und keins aggressiv diskutierten Thema geworden ist. Darum spreche ich zuerst mal über alles andere. Ja, das Erste, was man braucht, um überhaupt in den Flughafen reinzukommen, ist ein Covid-Test. Das war bisher immer in 48 Stunden, in den letzten 48 Stunden negativ getestet. Jetzt heute, ich habe heute Nachmittag einen Test gemacht, gestern aber vergessen, weshalb ich da so ein bisschen nervös zum Flughafen gefahren bin, ob das Resultat noch rechtzeitig rauskam. Es kam nicht rechtzeitig raus, ich stand am Eingang des Flughafens, da stand auf meinem Handy 72 Stunden, nicht 48. Ich dachte schon, muss ich jetzt warten, bis da der Code umschaltet, verpasse ich allenfalls sogar meinen Flug. Deswegen, die haben überhaupt nicht geschaut, nichts gefragt, die haben mich einfach reingelassen. Und das ist jetzt symptomatisch, dass hier also jede einzelne Einheit der Verwaltung, also ganz kleine Verwaltungsunits, Einheiten, sprich wer immer das Flughafenmanagement organisiert, das ist jetzt keine von oben verordnete Regel, die genau definiert, wie man am Flughafen reingelassen wird, sondern mehr, dass jetzt alle merken, die Behörden über jede Stufe hinweg wird immer toleranter, guckt immer weniger genau hin. Und da probiert man jetzt aus und tut Dinge, die man sich vorher vielleicht nicht getraut hätte, weil vorher war es so, falls was passieren würde, würde man ja da dann verantwortlich gemacht, falls jemand sich mit Covid ansteckt, zum Beispiel im Flughafen, dann kommt raus, du bist der, der jemanden reingelassen hat, der keinen 48-Stunden-Code hatte. Und jetzt, weil diese Toleranzgrenze gestiegen ist, offensichtlich, und ich gehe davon aus, von ganz oben herab, kann jetzt jede Einheit der Verwaltung so ein bisschen eigenen Spielraum umsetzen. Ich checke jetzt mal in, checke jetzt mal ein, ich gehe jetzt mal ins Flugzeug und erkläre dann, wie dies so funktioniert. China ist eingetreten in eine Phase des Experimentierens, spannend, chaotisch, effizient. Ja, das Experimentieren, das ist nämlich ein ganz wichtiger Bestandteil des politischen Systems Chinas. Da werden von ganz oben herab einfach Richtlinien vorgegeben, grobe strategische Zielsetzungen, wie zum Beispiel ein dynamisches Zero-Covid, wo einigermaßen klar gemacht wird, was das heißt, aber dann jede Einheit, jede Ebene der Verwaltung das selber umsetzen muss. Und das kann, führt oft dazu, dass jede Einheit das ein bisschen strenger macht, als die... Ich muss jetzt gerade noch meine Temperatur messen, bis ich keinen Fieber habe. Also diese Maßnahmen, die sind immer noch hier. Mal schauen, wie lange noch. Ich fliege nächste Woche wieder zurück nach Shanghai, vielleicht sind die dann schon weg. Genau, also dass die oft jede Einheit der Verwaltung fügt, macht das ein bisschen strenger, um da auf der sicheren Seite zu stehen. Und was dann unten ankommt, kann halt sein, dass das sehr übertrieben streng ist. Und das war auch ein Grund, warum das zu solchen Massenprozessen geführt hat. Ich entschuldige mich, dass ich da mein Handy so blöd halte. Wenn Leute mit mir sprechen, gucke ich da nicht auf den Bildschirm. Darum ist mein Gesicht da manchmal wirklich so. Ich bin jetzt im Flugzeug und nach der Landung in Peking werde ich da weiter aufnehmen. Und in Peking angekommen, stelle ich fest, ich habe mein Handy-Mikrofon verloren auf dem Weg. Das ist jetzt ärgerlich. Ich gehe jetzt nach Hause, es ist schon spät, mache dann an einem ruhigen Ort weiter. Nur noch ein Bild vor mir, dann auch gleich der Strom weg ist vom Handy. Bei Ankunft in Peking kann man, muss man nicht gleich einen Covid-Test machen. Wenn man den nicht hier macht, kann man den am nächsten Tag im Stadtzentrum machen. Ich mache das jetzt noch gleich. Ich bin jetzt in Peking angekommen, mache hier das Video weiter. Und wie ihr seht, habe ich jetzt auch keinen Schal um den Hals. Obwohl nämlich Peking rund 1000 Kilometer weiter nördlich ist. Als Shanghai ist Peking sehr gut geheizt mit Zentralheizungen. Während in Shanghai und alles, was südlich vom Gelben Fluss ist, China vor Jahrzehnten gesagt hat, da gibt es keine Zentralheizung. Damals wurde mit Kohle geheizt. Kohle war knapp und da sagt man einfach, im Süden ist es warm genug. Nun gibt es natürlich mittlerweile Air Condition, die kann man auch auf Heizen stellen. Aber trotzdem, in Shanghai sind die Wohnungen im Winter doch recht kalt immer, während das im Norden vom Gelben Fluss sehr angenehm warm geheizt ist. Was mir im Flug noch passierte und auffiel, ist, dass es zum ersten Mal seit Monaten wieder ein Sandwich gab. Das war die letzten Monate immer nur eine Flasche Wasser und ein paar Erdnüsse. Und das hat wohl auch mit den Covid-Restriktionen zu tun, wo sich irgendjemand gesagt hat, ein Sandwich, das muss jemand von Hand einpacken, das wird dann gekühlt. In China wurde mal gesagt, Kühllieferketten können das Virus lange Zeit am Leben erhalten und sind daher eine Gefahr. Und bei den Erdnüssen, da ist halt diese Gefahr nicht, obwohl man beim Essen natürlich auch da die Maske runternehmen muss. Und das zeigt für mich jetzt wieder, also ob die Maßnahme jetzt ursprünglich überhaupt sinnvoll war oder nicht, müssen wir hier gar nicht diskutieren. Dass aber so eine Maßnahme jetzt abgeschafft wurde, das ist ganz sicher nicht irgendwo in der Zentralregierung Chinas bestimmt worden, dass nebst der Aufhebung von gewissen Lockdown-Restriktionen jetzt auch die Airlines wieder Sandwiches servieren müssen. Das ist ein typischer Fall, wo jemand einfach sagt, ja um ganz, ganz sicher zu sein, dass nicht ich der Verantwortliche bin, der dann irgendwo zu einem Ausbruch geführt hat, da mache ich jetzt auch die Sandwiches weg. Und jetzt offenbar da ein neuer Wind irgendwo, die Stimmung gekippt ist und die Leute sagen, jetzt machen wir das so schnell wie möglich alles auf und machen das besser für die Leute. Obwohl das ganz sicher jetzt nicht von irgendeiner zentralen Regierungsstelle verordnet wurde. Und da möchte ich auch noch im ganz Generellen auf ein Ding hinweisen, nämlich diese Annahme, dass alles, was irgendwie schlecht und wirklich auch bösartig und erschreckend stattfindet in diesem riesen Land China, gibt es Leute, die das dann alles sofort immer auf die kommunistische Partei oder gar auf Xi Jinping persönlich schieben und das ist sehr absurd. Ein Argument, das nicht so absurd ist, auf das ich jetzt auch eingehen möchte, ist so dieses Argument, ja das Regime verlangt das vielleicht nicht, diese Bösartigkeit, aber es lässt sie zu. Diese Aussage finde ich nämlich sowohl korrekt faktisch als auch irreführend. Was ich damit meine ist, ja das System lässt das zu, aber in einem Sinne, dass es nämlich einfach gewisse Boshaftigkeiten von einzelnen Leuten an gewissen Positionen nicht verhindern kann, wo natürlich auch das westliche oder alle westlichen Systeme genauso grauenhafte Dinge zulassen und sie offensichtlich nicht verhindern können. Das einfachste Beispiel ist jetzt ein Blick auf die USA, wo natürlich die Polizei mit diesen ganzen unzähligen Toten, die jedes Jahr Leute von der Polizei erschossen werden, aber auch Polizisten von bewaffneten Kriminellen erschossen werden. Das ist natürlich etwas, was das amerikanische System seit Jahrzehnten zulässt, obwohl da wahnsinnig viele Amerikaner das nicht wollen. Das ist billig, da einfach so auf den Amis rumzuhacken. Als Europäer macht man das immer irgendwie gerne. Aber auch in Europa, vielleicht etwas kontrovers für viele in Deutschland, das Thema von Flüchtlingen, die jedes Jahr im Mittelmeerort trinken, das sind ja tausende Menschen, die da sterben. Jetzt könnte man ja sagen, alle Flüchtlinge haben ein Recht, Asyl zu beantragen. Warum machen die das nicht einfach in den Botschaften der europäischen Länder? Jetzt höre ich sofort Leute schreien, ja es können doch nicht alle kommen. Da stimme ich völlig zu, es können nicht alle kommen. Aber das Auswahlkriterium, lasst sehen, wie viele im Mittelmeer getötet werden und der Rest, der kann dann vielleicht kommen und hoffentlich schrecken die vielen Toten die anderen ab. Das kann doch nicht ein rationales Argument sein. Also da lässt unser System Tote zu, auf eine Art und Weise, die ich ethisch komplett nicht vertretbar finde. Vielmehr müsste man da ehrlich sein und zugeben, dass es eben Grenzen gibt und dieses absolute Prinzip, jeder darf kommen, aber wir nutzen halt das mehr, damit nicht jeder kommen kann. Das ist kein faires Prinzip. Da müsste man sagen, ja wir können nur eine bestimmte Anzahl aufnehmen. Wie viel das sind, müsste man dann halt politisch aushandeln und ausstreiten. Und dann sagen, ja wenn nicht alle kommen können, ja welche Ausländer können kommen? Welche Flüchtlinge aus welchen Ländern und warum und welche nicht? Und da macht es sich unser System jetzt halt wahnsinnig leicht, indem es quasi sagt, wir verlassen uns einfach darauf, dass das Meer genug Leute tötet und diese vielen Tote andere abschreckt und wenn NGOs da Leute aus dem Meer retten wollen, dann schicken wir unsere Kriegsschiffe, um diese NGOs zu stoppen. Das ist, was unser System jetzt de facto tut. Und in dem Sinne lässt unser System die unzähligen Toten jedes Jahr zu. Aber ich möchte auch da jetzt nicht behaupten, dass da irgendjemand so böse ist und diese Leute töten will. Und das ist genau das, was ich eigentlich sagen wollte. Also genau, in China passieren schreckliche Dinge. Das System, so wie es jetzt ist, kann das nicht immer verhindern. Aber das heißt nicht, dass Xi Jinping will, dass irgendwelche Lokalbeamte Leute verprügeln, weil sie sich nicht ohne Widerstand an diese lokal gemachten Verordnungen halten, die keine Gesetzesbasis haben. Das will Xi Jinping bestimmt nicht. Das will auch die kommunistische Partei so nicht. Und da möchte ich jetzt so ein bisschen zeigen, was in letzter Zeit in chinesischen Sozialmedien so auftaucht. Ich habe ein bisschen rumgescrollt und also jedes dritte Video ging in diese Richtung. Im ersten Video, da haben also so örtliche Beamte einen Vater brutal geschlagen und ihn aufs Sofa gedrückt. Da kam seine kleine Tochter hinzu, also Herz zerreißen, wollte den Vater beschützen und die Beamten reißen dann die Tochter auch noch weg. Grauenhaftes Video. Und die wurden jetzt aus der kommunistischen Partei geschmissen. Da wurde gesagt, so ein Verhalten ist absolut unerträglich. Und das ist richtig so. Auch der zweite Fall, da wurden auch wieder Leute geschlagen. Und da haben die Verwaltungsbehörden, die das nicht angeordnet haben, aber die quasi für die Region zuständig sind, sich offiziell entschuldigt. Und gesagt, die, die das tatsächlich gemacht haben, die wurden jetzt in eine Umerziehung geschickt. Also so Selbstkritik heißt das. Auch das, ich hoffe, dass die alle bestraft werden. Also da bin ich jetzt überhaupt keiner, der das irgendwie entschuldigen will, solches Verhalten. Dann noch das dritte Beispiel, das ist jetzt viel weniger dramatisch. Da wurde eine junge Frau von der Compound-Verwaltung aufgehalten. Die sagten, sie lassen sie nicht in den Compound rein, vielleicht weil die irgendeinen Covid-Code nicht hatte oder warum auch immer. Und die begannen es zu filmen und haben gesagt, ja jetzt sag nochmal, sagtest du mir eben, du seist der größte Besitzer hier. Ich bin Besitzerin eines Hauses und ich habe das Recht hier reinzugehen. Du bist der Verwalter, du verwaltest und managst den Garten hier, die Sanitäranlagen, Elektrizität und so weiter. Du hast da kein Recht mir zu sagen, dass ich da nicht rein darf. Und drunter steht dann explizit Leute, Bürger, ihr seid die Chefs zu Hause. Noch ein letztes Beispiel. Hier ist dieser Management oder Türsteher quasi am Eingang einer Firma. Das sieht jetzt eher aus, als wäre das so ein Wächter am Eingang einer Firma. Der wirft hier Essenspakete weg, welche Lieferdienste einfach an Eingang stellen. Normalerweise werden die bis an die Tür geliefert, aber jetzt wegen Covid werden diese Service-Delivery-Leute nicht reinigen. Also die in den blauen und gelben T-Shirts da. Darum stellen sie das einfach so hin. Da fand wohl ein Wächter am Eingang, dass es irgendwie nicht gut sei und hat das begonnen wegzuwerfen. Das ist jetzt keine Widerstandsvideo, aber das stellt da einfach drunter die Frage, du, wer gibt dem eigentlich das Recht, das so wegzuwerfen? Und es zeigt, wie viele Leute jetzt diese Frage zu stellen beginnen. Wer hat eigentlich das Sagen? Und diese Situation, wo jetzt viele Leute einfach immer überall fragen, ja, ist das so okay, soll ich das hinnehmen oder soll ich da die Leute um mich versammeln und wir gemeinsam Dinge ändern in unserem Alltag? Das finde ich eine sehr, sehr gesunde und gute Entwicklung für China, wo jetzt Leute wirklich ihr eigenes Leben in ihre Hand nehmen, wie das auch sein sollte und auch in der Theorie des Sozialismus in China tatsächlich so vorgesehen ist. Das andere, was jetzt aber auch passiert, ist, dass da viel auch Fake News oder falsche Verständnis rumgehen. Und da muss auch ich aufpassen. Nicht alles ist immer richtig, was ich sehe. Und manchmal ist es schwierig zu überprüfen. Zum Beispiel wurde die Tage gesagt, ja, die Peking-Covid-Pressekonferenz, die tägliche, die haben jetzt erstmals ihre Masken abgenommen. Das zeigt, dass sich auch in Peking viel ändert. Ich habe dann nachgeschaut und gesehen, Anfang November hatten die auch keine Masken an der Pressekonferenz. Also ganz klares Beispiel von Fake News. In Guangzhou wurde mir gesagt, Guangzhou hat wohl tatsächlich alle Maßnahmen aufgehoben. Da sehe ich immer mehr bestätigende Berichte. Das ist wohl so. Da wurde jetzt auch gesagt, die haben jetzt erstmals bei der Pressekonferenz die Masken abgenommen. Ich habe das gesehen im Video, wie die Masken abnehmen. Aber ich habe nichts gefunden, ob das früher nicht auch schon der Fall war. Also vieles darf man da nicht auf die Goldwaage legen. Aber ich glaube, wichtig ist bei China immer, dass man eher auf die Trends guckt, als wirklich auf die einzelnen Aussagen, die einzelnen Details. Und der Trend, den ich jetzt sehe, ist, viele Regionen probieren aus, wie weit sie öffnen können und was dann passiert. Und ich weiß, ich habe vorher den vielleicht kontroversen Begriff effizient verwendet für dieses System des irgendwo unkontrollierten experimentellen Change-Prozesses. Und ich möchte das jetzt noch genau ausführen, was ich damit effizient gemeint habe. Dieser ungeplante experimentelle Prozess ist nämlich ein blanker Horror für die meisten Ingenieure. Und da viele, gerade Deutsche und Schweizer, die in China wohnen, beruflich hergekommen sind, aus diesen Branchen kommen, ist es für viele auch schwer erträglich, weil es so unplanbar ist. Und eben im Grunde wäre natürlich eine komplett durchgeplante Veränderung effizienter, wenn sie denn korrekt geplant ist. Aber das ist ja auch das Problem mit einer Planwirtschaft im Gegensatz zu einer Marktwirtschaft. Der Plan wäre optimal effizient, wenn man alles wüsste. Aber hier, was jetzt in China passiert, das ist ein Stück weit chaotisch, aber es ist effizient in einem darwinistischen Sinn, weil eben gleichzeitig ganz viele verschiedene Pläne ausprobiert werden. Und das führt natürlich auch zu Verlusten lokal. Also manche Städte werden das vielleicht übertreiben mit der Öffnung oder nicht schnell genug machen oder weiß ich was. Und das kann dazu führen, dass vielleicht sogar Leute bestraft werden auch wieder oder auch einfach, dass Leute halt stärker eingeschränkt sind oder mehr Leute sterben als nötig gewesen wären in einem optimalen Fall. Aber die Chance, dass ein Optimum möglichst schnell gefunden wird, ist höher als wenn jetzt eine Zentralstelle in der Zentralregierung für Gesamt-China planen würde, wie die Öffnung stattfindet. Und dann müssen das alle strikt nach dem gleichen Muster machen. Wenn da ein Fehler drin ist, ja dann gute Nacht. Das ist ja ein Stück weit auch genau das gleiche Prinzip in der EU, wo die EU zu gewissen Dingen Richtlinien vorgibt, aber jedes Land kocht dann doch ein bisschen sein eigenes Süppchen. Das ist manchmal ärgerlich, weil es eben wieder diese Planungseffizienz reduziert. Aber ich denke, evolutionär langfristig gesehen ist es gesünder als ein System, wo alles komplett zentralistisch geplant wird. Wobei ich jetzt nicht auf eine theoretische Exkursion gehen möchte, was die EU alles für Probleme hat und was China alles für Probleme hat. Das ist natürlich noch ein viel größeres Thema. Aber dieser experimentelle Ansatz lokal, der funktioniert in China einfach weniger nach Regelbuch und mehr nach Bauchgefühl der Führungskräfte vielleicht. Aber man muss auch sagen, dass in China tatsächlich ein System herrscht, wo Führungskräfte noch wirklich Verantwortung haben, und zwar in zwei Richtungen. Einerseits die Freiheit, Dinge zu tun, die nicht irgendwo festgeschrieben sind, also nicht nur zwischen parlamentarischen Abstimmungen und Gesetzestexten hin und her jonglieren, sondern halt wirklich sagen, das sind die Daten und Fakten, die ich kenne. Und darauf basierend entscheide ich jetzt XY. Und auf der anderen Seite dann die Verantwortung halt auch, wenn das schief geht, dann muss ich Verantwortung übernehmen. Und das heißt nicht einfach zurücktreten und irgendwie in die Privatwirtschaft zurück und mein Netzwerk vergolden lassen, sondern das kann dann heißen, aus der KP ausgeschlossen werden, keine Karriere mehr haben, durchaus auch finanziell kein Einkommen oder halt nur noch ein minimales, als irgendwo Taxifahrer oder Fabrikarbeiter, weil in China es verboten ist, für Leute, die eine politische Karriere gemacht haben, danach in die Privatwirtschaft einzusteigen und wieder zurück. Also dieses Hin und Her ist in China nicht erlaubt. Das Einzige, was geht, ist, wenn man ehrenhaft aus der Politik aussteigt und dann nie wieder zurückgeht, dann kann man in ein Privatunternehmen gehen. Aber wenn man ausgeschlossen wird aus der Partei, wird da auch kein Privatunternehmen sagen, ja, ja, genau die will ich jetzt einstellen. Also das ist wirklich ein Karrierekiller, wenn das passiert, dass man aufgrund von Fehler oder halt Korruption oder ja, mangelnder Verantwortung oder Fahrlässigkeit, dass da Leute zu Schaden gekommen sind, wenn man deshalb von der Partei- und Politkarriere ausgeschlossen wird, dann ist das ein einschneidender Bruch im Leben eines Menschen. Dann noch ein paar Worte zu dem, was ich jetzt in den westlichen Medien so noch höre. Ich gucke da gar nicht mehr groß hin. Ich glaube, die Idee, dass da Massenproteste gegen die KP und Xi Jinping stattfinden, das ist absurd, das wird nicht passieren. Was ich jetzt kürzlich von CNN gerade noch gesehen habe, da seht ihr ein paar Sekunden nochmal von einem Ausschnitt eines anderen Protests, wo die auch wieder das so hinstellen, als überall gibt es Proteste. Aber guckt euch das mal an, wenn wir das Bild hier anhalten. Wie viele Leute seht ihr eigentlich im Bild? Da ist einer, der ein Papier hochhält, 10, 20, die das filmen von hinter ihm. Und mehr Leute sieht man eigentlich nicht. Also das ist kein Beleg, dass da ein großer Protest stattfand, wenn die das nicht mit der Stimme sagen würde, dass es Massenproteste seien. Ein zweites Beispiel, auch nochmal von CNN, das finde ich auch wieder typisch, diese Bilder, wo man nicht weiß, ob die irgendwas mit dem Text zu tun haben und die aber so unterstellen, dass sie den Text belegen. Sie sagt da, die Polizei untersuche in Shanghai Handys, um zu gucken, ob da Leute VPN auf dem Handy hätten. VPN, das ist ein System, das einem erlaubt, die Zensur Chinas zu übergehen. Das Handy meint dann, es sei im Ausland und dann ist das westliche Internet zugänglich. Nun, es kann sein, dass die Polizei da Handys kontrolliert. Wer weiß. Also ich sehe auf dem Bild Polizisten, die da einer Person aufs Handy gucken. Die könnten ja auch auf der Karte einen Weg erklären. Also das sehen wir jetzt vom Bild nicht. Ich weiß aber, dass meine Firma zum Beispiel, ich war ja früher bei TikTok hier in China angestellt. Die haben jetzt die meisten Leute nicht mehr in China. Aber wir hatten dann ein VPN von der Firma, der war auch staatlich erlaubt und der hat es mir ermöglicht, legal auf YouTube und Twitter zu kommen. Jetzt bin ich bei einer kleineren Firma, die hat keinen eigenen VPN entwickelt. Aber da ist auch klar, jeder von unseren Mitarbeitern hat ein VPN, weil wir ja für Auslandbusiness zuständig sind. Wir müssen ja diese westlichen Medien sehen, sonst können wir nicht mit ihnen kommunizieren. Und wenn wir nicht wissen, was im Westen läuft, dann können wir unser Business nicht aufbauen im Westen. Also chinesische Mitarbeiter haben da viele VPN und das ist überhaupt kein Thema, das ist auch keine Diskussion. Wir haben die auch jetzt nicht irgendwie alle irgendwo illegal über, keine Ahnung was für Kanäle gekauft. Also da gibt es verschiedene VPNs, die man in China kaufen und downloaden kann. Und das zweite Bild ist jetzt hier in der U-Bahn. Und auch da sieht man natürlich jetzt nicht an, was diese Beamten hier überprüfen. Also das sind so Unterstellungen, die wahr sein können. Aber seid vorsichtig, wenn ihr so Bilder seht und dann den Text dazu hört. Die Bilder belegen nicht, was dieser Text besagt. Ganz, ganz wichtig finde ich aber den letzten Satz in dieser Aufnahme von CNN. Da sagt sie nämlich, dass ein Protestierender ihr gesagt hätte, sie könnten wohl keine solche Prozesse mehr durchführen, weil da immer Spione in ihren Telegram-Gruppen seien. Ich hatte im letzten Video ja schon Screenshots gezeigt, wo in Telegram-Gruppen Protestierende und westliche Medien, CNN, BBC, sich ganz im Detail abstimmen, wer wann wo sein wird. Und da also wirklich diese Vermutung naheliegt, dass die westlichen Journalisten oder die chinesischen Journalisten, die für westlichen Medien arbeiten, da in dieser Planung mit dabei sind. Und ich sagte da auch, ich kann nicht beweisen, dass diese echt sind, diese Telegram-Screenshots. Da sie nun aber sagt, die Protestierenden selber glauben, dass in ihren Telegram-Gruppen Spione seien und ich weiß, dass eben aus diesen Telegram-Gruppen oder aus Telegram-Gruppen möglicherweise diesen der Protestierenden so Screenshots im Internet viral gingen, da klingt das für mich jetzt doch fast schon so wie eine Bestätigung, dass diese Screenshots echt waren. Ein letztes Thema, das ich noch ganz kurz ansprechen möchte, obwohl das dann weiterführen könnte, ich mache das wirklich nur kurz, das waren die Wahlen in Taiwan. Die waren nämlich vor einer guten Woche Lokalwahlen in Taiwan und das wurde, glaube ich, kaum berichtet im Westen. Da hat die Partei der Regierenden Tsai Ing-wen, der Präsidentin der Republik China, also die Regierung, die auf Taiwan regiert, die hat massiv verloren und die Oppositions-Wu-Ming-Dang, die hat viele, viele Regionen für sich gewonnen und das ist deshalb brisant, weil Tsai Ing-wen ausdrücklich sagte, diese Wahl, obwohl es Lokalwahlen sind, die gehe jetzt um eine Stimmungswahl, ob pro oder gegen China, also pro oder gegen Vereinigung mit dem Festland China oder pro oder kontra Unabhängigkeit Taiwans. Nun, die Situation Taiwans, das muss ich in einem separaten Video mal behandeln. Die Schweiz sagt da ganz klar einfach, Taiwan ist ein Teil Chinas und die Schweiz erhält diplomatische Beziehungen zu Taiwan über Peking. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Aber, was natürlich klar ist, die Niederlage von Tsai Ing-wen bei diesen Wahlen, das ist für die USA ein weiterer Hammer. Das ist natürlich nicht in dem Interesse der USA. Die hatten ja mit Nancy Pelosi, die dritthöchste Amerikanerin, nach Taiwan geschickt, auf Einladung von Tsai Ing-wen. Und die Taiwanesen haben jetzt in dieser Wahl offenbar gezeigt, dass sie das keine gute Idee finden. Das finde ich auch wiederum völlig richtig. Ob man jetzt für oder gegen Unabhängigkeit Taiwans ist, spielt da gar keine Rolle jetzt erstmal. Die Frage ist, ob diese Provokationen, da jetzt hohe Regierungsvertreter einzuladen, obwohl die USA China, der Volksrepublik China, hoch schriftlich und ausdrücklich versprochen hat, keine hohen diplomatischen Beziehungen mit Taiwan aufrechtzuerhalten, das halte ich für gefährliche Provokationen und die nützt niemandem. Und ich glaube, da haben jetzt Taiwanesen einfach auch gesehen, wie es der Ukraine gerade ergeht, die halt auf die totale Unterstützung des Westens vertraute. Und egal wie das letztendlich ausgeht, die Verlierer sind jetzt schon auf jeden Fall die Menschen in der Ukraine und alle westlichen Versprechungen und Unterstützungen hin oder her. Und da sagen sich jetzt wohl die Taiwanesen, ja, auch wenn ihr uns Taiwanesen ebenfalls versprecht, uns gegen die Volksrepublik zu schützen, so wie die Ukraine, so möchten wir nicht enden. Und da haben wir jetzt vielleicht lieber eine Regierung, die eben vorzeitig schon auf Verhandlungen setzt und da nicht einfach provoziert. Das ist jetzt meine Interpretation. Das wird sich dann in zwei Jahren zeigen. Dann sind nochmal die sogenannten nationalen Wahlen der Republik China, also der Landesregierung, wenn man so will, von Taiwan und ob sich dann dieser Trend weiterhin hält. Was für mich jetzt einfach nochmal ganz wichtig ist, zu unterstreichen ist, wenn westliche Medien oder westliche Politiker oder was auch immer sagen, ja, die sind eingeschüchtert worden, das ist schlecht, die sollten für ihre Unabhängigkeit wählen oder auch die böse Volksrepublik China-Regierung, die schickt durch Studenten aus Peking nach Hause, damit es keine großen Studentenproteste gibt. Das ist also für mich bösartiger Sadismus, wenn man solche Dinge sagt. Ja, wollt ihr dann, dass es zu gewalttätigen Massenprotesten kommt? Ist doch gut, wenn es keine großen Proteste gibt in China. Ist doch gut, wenn es nicht zu einem Krieg auf Taiwan kommt. Also da wünsche ich mir einfach mehr Realismus und weniger politischer Ideologismus und einfach diese kranke Ideologie über alles, das halte ich für höchst gefährlich in Europa und da schadet sich Europa auch ganz einfach selber. Und damit möchte ich das Video jetzt beenden mit Worten der Weisheit von der irischen EU-Parlamentarierin Claire Dale, die diesen Gedanken auch nochmal sehr schön zum Ausdruck bringt. Biden, in seiner recenten Gespräche mit Xi, in der G20, machte die Pointe, dass er nicht eine neue Cold War mit China dass er keine Intention hat, dass er eine Konflikte mit China hat, dass er nicht mehr Kontakte mit China hat, und dass die USA mit der One-China-Policy und nicht mehr Tauan benutzt. Jetzt, natürlich, nichts von diesem kann man auf face value beendet. Er ist nicht genau das Stademan der Städte, aber es muss sich beendet werden. Und, interestingly, es ist etwas weniger Haugisch als die Nonstenste aus der Städte, in der Diskussion, und über die letzten Jahre. Und, given dass viele von Ihnen haben sich auf die Wachstum, auf die Anti-China-Rhetorik, und die Besten zu sabotieren, die EU-Ties mit China, unsere größte Partner, und wir haben sich in den Füßen, Sie müssen noch nicht. Rather than starting fires and burning bridges, we should recognise we have serious common challenges. We must engage, we must have dialogue, we must have cooperation and mutual respect.